Willkommen zu einem neuen Video und zwar dem Unboxing des MacBook Airs 2012. Ich fange jetzt direkt mal an, also ich habe mir das mit der Back to School Aktion bestellt und hier ist jetzt erstmal wahrscheinlich der iTunes Gutschein drin, das werde ich jetzt erst einmal auspacken. So. Mal gucken, vielleicht kriege ich das auch so auf. Ja doch, das geht so. So. Genau, mehr ist hier auch nicht drin, ist leer jetzt. Genau und hier, ich gucke einmal, ob wir da reingucken können. Ne, nicht, da ist nämlich der Code drin, aber hier seht ihr schon mal, ich muss das nochmal nachholen, also das ist diese Back to School iTunes Karte, kann man halt für den App Store verwenden und für Musik und so, die war halt jetzt auch dabei und man hat ja auch noch ein bisschen Rabatt auf das MacBook bekommen. Aber wir machen jetzt direkt mal weiter und zwar mit dem MacBook Air, was hier drin sein sollte. So, hier sieht man den Karton. Fangen wir mal an hier, es aufzumachen. So, nochmal eins. Und, zack. Und, zack. Na komm. Tja. So, jetzt geht's auch rauf. Zack. Und da guckt es uns auch direkt schon an, MacBook Air. Nehmen wir es einmal um. So. Und dann holen wir das hier direkt mal raus. So, und tut mir um. Da stehen wir den Karton direkt zur Seite. Nehmen die beiden Ecken ab. So, und stellen das einmal hier hin. So, hier sehen wir jetzt genau das MacBook Air. Hier vorne mit dem super dünnen Design ein Bild abgebildet. Dann hier ein MacBook Air. Hier ein Apple-Logo. Wieder ein MacBook Air und nochmal ein Apple-Logo. Hier stehen jetzt genau irgendwelche Seriennummern drauf. Die zeige ich euch jetzt mal nicht. Aber ich versuche es mal hinzubekommen. Ja, das kann man nicht lesen. Weil es denn selbst konfiguriert ist, es stehen da jetzt keine Konfigurationsdetails drauf. Aber ich werde das jetzt mal eben auspacken. Und dann kann ich euch gleich dazu mehr sagen, wie das aussieht mit der Konfiguration. Zack. So, und da ist die Plastikfolie auch schon Geschichte. Mal schauen, was ist das zur Seite hier, so. So, und jetzt fangen wir hier mal an. Machen wir das mal auf. So. Und da ist das MacBook Air hier schön ein Filz aufbewahrt. Also es ist sehr weich. Es kann auch nichts passieren, so. Dann ist hier das MacBook Air. Ich bin jetzt gespannt, wie leicht es ist. Ich habe das mal beim Apple Store auch mal angeguckt und so. Aber, oh doch, 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 doch. Doch, das ist, also es kommt mir doch sehr leicht vor. Ich habe ihn noch in die Folie eingepackt. Jetzt gucken wir es aber gleich dann mal genauer an. Dann ist hier noch drin, hier ist der Ladeadapter. Also, den man nachher da draufstecken kann. Dann, hier ist das Netzteil. Und da kann man halt, wenn man das kurze Kabel nimmt, einfach hier so den Adapter draufstecken. Und dann kann man das so laden. Ich boah, das mal hier wieder. Auseinander, sag mal. So. Auseinandergebaut. Dann wollen wir uns mal weiter hier mal angucken. Einmal rausziehen. Jetzt hier nämlich, das ist das Verlängerungskabel. Das kann man halt auch genauso hier dran machen, dann das Kabel dann länger ist. Und hier ist das Ladekabel und genau mit dem neuen MagSafe 2 Anschluss. Können wir uns einmal direkt angucken hier. So, also der ist jetzt wieder... Ich hoffe, man kann das sehen. Na komm, jetzt fokussiere schon. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt deutlich flacher geworden und so. Und das, ja, das dient halt vor allem genau beim MacBook Pro Retina dazu, damit das Gehäuse so flach bleiben kann. Aber beim MacBook Air hat das natürlich auch, weil das ja auch sehr flach ist. So, das war das. Und dann haben wir hier noch das Design bei Apple in California mit hier Hello drin und genau so einer kleinen Broschüre, die ein bisschen das Betriebssystem erklärt. Hier garantierenweise und natürlich die Apple-Sticker. Und nochmal zur Lieferzeit. Also ich hab's jetzt am 14. bestellt und jetzt ist es am 26.9. angekommen. Und das hat also doch schon relativ lange gebraucht. Aber ich denke mal, das liegt auch einfach daran, weil jetzt im Moment das iPhone 5 released wurde und dafür benutzen die wahrscheinlich im Moment alle Lieferkapazitäten, die die, sag ich mal, zur Verfügung haben. Ich stelle hier mal den Karton geben zur Seite. Und das hier auch alles so ein bisschen zur Seite. So, und dann wollen wir uns das MacBook Air angucken. Das werde ich jetzt erst einmal aus der Hülle hier befreien. So. So, aus der Plastikhülle befreit. Boah, doch. Das Medium fühlt sich echt gut an. Und dann mal von der Seite gucken zu den Anschlüssen. So, ich hoffe, man kann das sehen. Also, hier ist halt der MagSafe 2 Anschluss. Genau, MagSafe 2. Dann ist da ein gemixter, also ein USB 2 und 3.0 Ford. Dann haben wir hier das, äh, mir, den Kopfhöreranschluss. Genau. Hier, das ist das Mikrofon. So, hier hinten, da kommt nur die, da ist nur der Lüfter. Da lüftet der raus. Hier ist ein Thunderbolt-Anschluss. Nochmal ein USB 2 bzw. ein USB 3-Port. Und, weil es das 13-Zoll-Modell ist, ein SD-Karten-Slouch. Hier kann man schon sehen, dass es sehr dünn ist. Ich mache jetzt auch einmal auf. Und der erste, die Konfiguration und der erste Boot-Vorgang wird aber in einem nächsten Video kommen. So, ich probiere das mal so. Und es geht wirklich, es ist nicht hier unten abgehoben oder so. Und hier sieht man wirklich, also die Tastatur ist wirklich sehr flach, aber trotzdem ein sehr großes Trackpad und das Display. Ja, man kann hier mal die Folie wegmachen. So, man sieht auch sehr schön aus, zwar glänzend und so, aber wirklich, wirklich sehr, sehr cool. So, hier oben natürlich auch, oh, das kann man gar nicht sehen, so, da ist natürlich auch die HD-Face-Kleine-Kamera, die ist ja jetzt neu. Und genau, um einmal zu den Konfigurationen, das ist jetzt das Modell mit der 256-Gigabyte-SSD, mit dem 8-Gigabyte-Arbeitsspeicher und mit dem 2-Gigahertz-Intel-Core i7-Prozessor. Gut, das wird es zum Unboxing gewesen sein. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wozu ich noch Videos machen soll oder was ihr gerne mal daran sehen würdet, könnt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, Kritik, was auch immer, was ihr gut fandet an dem Video, falls ihr irgendwelche Ideen habt, einfach in die Kommentare mit sowas. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!